Na, was bleibt ihr? Von der ist Juli der 14. Und ich habe kurz ein bisschen geregnet, aber nicht genug, dass wir verstärken bleiben. Wir haben den letzten Weg zum Sauerfan-Ofen gebührt, zum Barbaco zu machen. Ich wollte es erst geregnet, mit meiner Freundin zu kommen und Fleisch zu machen. Aber ich kann nicht reiten mit alles, um alles reiten zu machen. Ich kann auch nicht alles reiten. Aber sie haben wir, wir waren zu demaßen. Und jetzt, die New Wallen waren, wir waren für eine Haltolm, Ekenholm. Wir waren in der nächsten Gang, die sich aufhören und haben die Schoobfleisch und Grünfleisch. Weil es so ein Schmuck empacken, dann ein Südl oder empatren oder was auch immer der Schmuck produziert. Und dann haben wir den Sovsnen eingehen. Und dann kamen die Mauren auf der Mauren, und dann war den Mauren auf dem inpälen. Und jetzt haben wir die Bärbäckchen. Ich kann meine Hörnchen hier rein. Und meine mexikanische Bobcat, die hat eine Flöte Rehe. Auseinander durch eine Messkuh. Ich dachte, sie hat einen Dreck dafür. Die hat immer viel scheiner. Das war's Lothar. Ich war für ein Holzjahr. Huhu! Das ist ja noch ein bisschen schein. Oh, wie du hier machen. Huhu! Auf der Seele! Das letzte Mal haben wir uns einmal geschaffen. Einen ganzen Wehrunfall. Ekenholt heute. Wir waren heute in Hüßfjörn. Viermärken. Oh ja, das ist ja nur Blatt. Und ich kann sagen, den Trektor haben wir hier ein bisschen voll Blatt gekleift. Aber stecken geblieben sind aber noch nicht. Wenn die Reifen so bebacken mit Blatt, dann verbrücken die Reifen nicht so leicht. Vor wir das Blatt lieber auf. Na, das ist jetzt mal. Nu haben wir hier vier gemerkt. Das ist die Seinchen. Das geeft alle vier. Und nun werden wir dort hier ganz grünlich sein abhärten. Erst mit Billard holt. Und dann wird die Lads noch mit Eken holt. Abhärten. Da wird noch ein Dallglot geeft. Und dann wird die Flaschen in hängen. Und dann wird die Barbacoa mit. Morgen, für Madag und Vitt Tacko mit. Und hier haben wir das Eken holt. Und hier haben wir das Eken holt. Die Brücken dort. Das geht ein Steg, zwei drei Stunden den Oven geschät abhärten. Und da wird auch das Fleisch in der Nähe hängen. Ich lebe das Wort von der Seine an. Okay, das ist schon sein, denn hier haben wir ein bisschen Rindfleisch. Das namen sich brisket. Das ist von der Rast von einer Kau. Oder von einer Beist. Und da kann man auch schräg, nicht dick, ein bisschen schmalt da hier haben. Wie war das hier? Das müsste alle Fütt schneiden. Das brauchen wir hier weiter. Wenn man dort auf einmal vier Füten hat, dann verbrennen soll er. Und nun wollte er alle schmalte los schneiden. Oder das erste. Was wollen wir da anladen? Aber das erste war die los schneiden. Dann wollte ich sehen, wo es sitzt. Dann war das Räumjärten zum Barbakonjärten. Ich glaube nicht, dass man das, was immer geblieben ist. Das ist das Brisket. Das ist das Brass von den Weiß. Pecho. Der Rest. Und hier ist das, was da alles aufgeschneiden ist. All das Schmutz und Tal. Ich blöde vielleicht eine halbe Eber. Aber das wird Seier. Schein schmecken. Okay. Hier haben wir noch ein Bein von einem Schub. Ein Schubschenken vielleicht. Das ist von Australien. Wo er die nächste Fahrt hier ausschneiden. Und dann werden wir den Räumjärten machen. Okay. Jetzt haben wir den Schubschenken hier vorne raus. Die Fahrt hier müsste alle Füte geschnitten. Und hier haben wir das Rindfleisch. Und jetzt werden wir das Räumjärten machen. Jetzt schauen wir mal an, wo die Teile sind. Ich spüre den nicht ganz gut geräumt. Das machen wir so viel. Die sind sehr heiß. Die sind Räumjärten in das Fleisch drin hängen. Man muss bloß klären, wo das Klaut verbrennt ist. Da es bloß Klaut ist. Dann werden das Fleisch drin hängen. Jetzt muss ich jetzt mal wissen, wo das Klaut ist. Jetzt schauen wir mal. Und dann kann das Klaut ein bisschen einstellen. Da. 820 Grad Fähren heute ist das Klaut. Und dann soll das Fleisch drin hängen. Dann soll es mal süff und weg sein. Jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir hier alles alte Bunte Paperschoten. Hier haben wir Calapenos, eine Buckeljahn und eine Sippel. Und dann alles alte Bunte Paperschoten. Die werden dann mit den Bädrauchen verbrennt. Und da werden wir das Fleisch anpacken. Ich merke von dir mein eh nicht. Ströckland Barbacoa. Du ach, du guckst mal. Ich darf dort ogen Paperschoten und Sippeln besser räuschen. Vier haben Gläut haben. Dann habt ihr ein bisschen mehr Geschmack. Zittert Schmack oder zittert Schmack? Das ist ja nicht bereit. Wohooo. Ich muss ihn da bloß noch einmal wissen. Wow, das wird schon schmecken. Okay, dann hörst du mal her. Nun wir da drin Fleisch reinmachen. Hier haben wir das, was der Name brisket. Usually, was we're known is, wo wir hier olle wenig Klaupersche olive oil haben. Bitte Schmack. Das wird olle wenig ein bisschen verschmiert. Und dann hier haben wir das Fleisch, wo das drin wird auch so. Und dann haben wir das alles geblieben. Mit groben Salz. Und dann haben wir noch ein bisschen Papier. Das ist alles gut hier, was ich hier verneu. Und dann haben wir das alles geblieben. Und dann haben wir das alles geblieben. Und dann, äh, wo wir jetzt wissen, was wir nächstes wollen. Das alle haben ja, äh, Südels. Das heißt, wo wir jetzt eigentlich kurz erwiesen. Und das Fleisch habe ich alle ein bisschen passen, ein bisschen passen mit, äh, Olivenoil. Dann regt das nicht so sehr üt. So, ich habe genug Pfeffer. So, nicht gekäckte mal. Nie erst jetzt. Räut. Und weißt du, was wir da haben, hier haben wir, die geräuchte, äh, Pepperschouten. Das wollen die Wiesen. Und das Chesnick und alles, nicht gekäckte mal. Und dort werden wir hier in olle Ewa käsern. Und dann, äh, das Chesnick, Garlick, habe ich auch alle geräuchte. So, nun, wo wir das hier jetzt, äh, fliehen, da rein. Und dann, ich habe das, das zu sein, habe doppelt. Hier, und dann, das hier, bis alle, das dort noch. Und dann, wir haben das auch gepackt. Und dann, wir haben das abhängige Barten für 12 Stunden. Und dann, wir haben das auch gepackt, weil wir hier, 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 noch ein halber, ein Koffel, guter, näher, und dann, wo wir das, im Parken, noch eine, noch eine Schicht, Goldpapier, und dann, so rein. So, nun, haben wir das Fleisch einrollen, mit zwei Schichten, so ein Blankes Papier, und dann, wo wir noch eine Schicht, nur, sicher, merken, dass das nicht, wird, und dann, Und dann, wir haben das abhängige, und dann, wir haben das, und dann, wir haben das, und dann, wir haben das, mit so einer Kaktusblätter, errollen, weil hier, ein Kader, mit Strocken, und die Kaktus, dann, wir haben das, mit Ruten, und dann, wir haben das, abhängige, und dann, wir haben das, Schubfleisch, rein. Okay, hier haben wir das, Schubfleisch, wo die Kaktusblätter, hier ist das, Rindfleisch, dritten, ein bisschen, dritten, und dann, Papier, wo auch, mit großen Papier, ein bisschen, aber hier sind verschiedene, wo dann, barbacoa, aber das, hier haben wir auch, das, hier haben wir auch, Schiele, Papaljahn, und Zipplen, wir haben das, hier ist das, dann, dann, hier putzen, drei Schichten, zum blanken Papier, das, beteckert Papier, uh, bei mit Schichten, und dann, das hier ist das, und dann, wir haben das, und dann, noch ein bisschen, und dann, und dann, wir haben das, Tabaten, bringen. So, wir legen die Pläste hier, hier ist das, hier ist das, Rindfleisch, und nun, wir werden die, abhängen. Nun, guck mal, nun, wir haben das, Rindfleisch, und das Schubfleisch, hier nahe gehangen, und dann, wir haben die Glout, das ist, 900 Kronen, hier oben, das ist, 700 Kronen, und nun, wir werden die Tautaken, ein Dichtmerken, und dann, mal ein Lüren. So, nun, wir haben das, dann, 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 da, drinnen, da, du, graben, so, noch, schärfen, da, ganz dick, erst, und dann, rüber, drinnen, da, du, noch, ganz dicht, merkt, ich wollte wissen, wo wir jetzt vorig sind, so, nun, habe ich das, ganz, ganz, erst, und, jetzt, ich wollte, mal wissen, heute, die Bärn noch, Feuerhundert, und, Krot, dort, wird gerufgegen, über dort, wird Seierfenn baken, so, Maurice, Maurice, war das, alle, abschärfen, und, da, wir haben, wir haben, wir haben, die, 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 zur graphene, die haben, danach, iba Achse gebach, im Barbaco, so, ein warz, mit Peppersch sake, und Zippeln, uestosz ?", und zäk, dass es wird, und, dass ich, Mango Salsa, die Chcraft, sauteme Salsa, Ihm, muss ich, mit dann, ich habe, interpolval, ich, wo U 카� erstmalcards, und, und da werden wir dann brücken von den Tacos mit Barbacoa, so erklären was sehr schön schmeckt ich habe da schon mal gehört, aber mein Fnitt, der pocht mir das nass ungefähr und mir hört sich das schön schmecken, so das werde ich von dir mal merken gut die gleiche dort und äh, was ich noch ein Ding will sagen, weil ich in der Städtung so einen schmacken Oven merken es echt gehört, zum Fleischpacken, wenn ich die Ede top rückweg die können gut in ein Loch gruben, dann dau ich dort nur mit Steinen und dann habt ihr das ganz, kreis ihn wieder ab und dann leid ihr ihr Fleisch dort rein oder hängt dort da rein, das geht dann wenn ihr den Dachsel über, scherren die Ede über, lasst ihr da über nach oder steckt 6-8 Stunden, dann wird ein bisschen Fleisch gebacken Proof doch, proof nur irgendwas weit fang klein an, und wenn du es lähten hat, dann gau ich ihn groten dann ich kann hier von dir auf das habt ihr nu al 10 Stunden gebacken, oder 12 Stunden und das macht bei 100 Tonnen nicht gut, so das hat sich euer Fan über benommen so, nu wollen wir isch das Salze merken und da wollen wir Takus merken ich wollte das tierisch, aber ich kann ösentlich Takus ebenso und wer kommen aus alle, ich muss rein, was ich kommen ok, da werde ich euch entwiesen, was wir hier alles haben hier haben wir Aliveoil, Olivenoil, hier haben wir Salt grobe Salt, und hier haben wir Viertel Zippel ein Chesnick, Garlic hier haben wir Cilantro hier haben wir Mango und hier haben wir 2 Arten Pepperschouten wir haben Jalapeno und dann haben wir andere Pepperschouten Bacujan eine Citron, ein Avocado, Avocati und äh wir werden Salsa smärken von der war halt Mango aber weite ich kann es von Peaches smärken, von Panappel war immer fruchtig gleiche das würde ich nicht wundern äh, wo scheint das schmeckt weil erst von 100 Trauben ich wollte schon im Mexiko sagen, was das von Haufen auf Chemo von Gehirte aber erst von der frechste Trauben das geht schein, und was nicht schein schmeckt dann verhängen der Rönt sich immer sei weil immer haben, nun wäck die Schiele in der Ola äh, ein bisschen englipsen mit Olivenoil und dann wäck wir dort ein bisschen räuschen da geht mal was wiesn einst die Karn dort, viele Karn dort einst die da noch nicht jetzt wäck hier mal jetzt wäck da ein Avocado äh verschnieden schnied die da immer so rum dreh da ein bisschen dann mit dem Maasern wird das steht und knipp den abdrecken das ist leicht, dass wir den Stein da rütt nehmen und dann, dann nehmen wir mit dem Maasern, da ist es das das tun wir jetzt in der schnieden nicht ganz derig das passt, wo wir dann sagen, vielleicht meistens ein bisschen ein Stamperd Maasern nehmen und dann äh dann habe ich schmuck ein Klaatsch das haben wir hier in die Brücken von Salsa nun wollten wir einen Lepel holen wäck entwiesn das habe ich schmuck ein Klaatsch jetzt dann mit dem maasern handed mit dem mit dem mit dem und dann diese die die sowas just can sell it or salsas or whatever you don't well new all the mango not fresh need another woody paper show and don't not mark on this here is them do you have the shell in the bagel john and separate also nice new or the finish need a load of time and then how that salsa mixin okay dann will be on salsa add here you have on the paper show jalapenos and on the paper show in the bagel john and zeppelin I see the broken root level zeppelin about the horn for the only nice you don't do a nation back like that here have avocado or daughter now and on cilantro and on on the China mangoes well that's hand there here oh back let it what's there in the salsa even and on down on the bones of the throne monk on you live in that the field like my under your dog well back let it what's in the house yeah change markin and I'm smart it out and I'm ein bisschen Salz bei und dann schmeckt er das, und nun war das laut ein Stückchen satten, wir tauschen, dass die Flehen hier nicht bieten kann, und war das laut ein klein bisschen schmeckt. So, das ist jetzt wirklich ein Schmackschein, wow! So, ich gucke die mir an das, da ist es wahrscheinlich nicht. Nun kiekt ihr mal, das hat hier neue Drettchen stehen, gebackt, und das ist da noch 1009, das heißt, ich rufe Fährenheit. Seierschein. Okay, nun werfen wir die Eid hier raus, abhassen, und dann, uh, das Wachsel, das ist noch fein warm. So, wir können wissen, wann wir das Fleisch da rein holen. Okay, nun haben wir die Eid hier alle so schmackt, ungefähr. Nun werfen wir den Obdach. Oh, ho, 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 ho! Mit dem Fleisch sind wir einfach noch. Wann wird das mal wissen. Oh, ho, 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 ho. Nu werfen wir die Eid hier raus holen, und sehen wir dort was schmacken. Woo, ho, ho, ho! Nu kiekt ihr mal, wann Rindfleisch ganz gut ist, dann seit 170, und das ist 153, so das soll ja sein gut. Wow! Wow! Nu werfen wir das Rindfleisch. Man wird upphaken. Haft nu 12, stunden gebarst. Uh, ho, 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 ho. Kiekt ihr mal. Oh, ho, 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 ho. Nu werfen wir uns einst, dass wirken, gå erst. Kiekt ihr mal. Nu kiekt ihr mal. Oh, ho, 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 ho. So goa, aber so goa. Äck mal hier man witziger utnehmen. Oh, kiekt ihr mal. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Nu werfen wir uns ein bisschen schmacken. Nu werfen wir uns das Schubsfleisch mal oben merken. Checkt ihr mal. Checkt ihr mal. Checkt ihr mal, wo weg dort ist. Oh, ho, 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 ho. Oh, nu werfen wir ein bisschen schmacken. So fang gau. Checkt ihr mal. Oh, ho, 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 ho. Boa dat wat seine taktus geben. Okay, Parker habe hier ne so schmackreit. Nu wer unser Tartees rein merken. Han eine Mehl-Tartees. Und eine Korn-Tartees. Muss ein, wo uns dann ne war das Scheinste schmacken. Wo den Klipper am abwarmen. Und dann wau wir da ein bisschen Kaisen an. Und ein bisschen Kassadilla merken. Und dann ist er bereit zum Fleisch nehmen zu haben. So, nu hau wir da ein bisschen Kaisen ab. Wo die Klipper ist ja abwarmen. Dass die Kaisen ein bisschen schmelten wird. Da wau wir da Fleisch nehmen. Okay, dann lef ich selber rein. Ich will euch mal wissen, wo das seht. Checkt ihr mal. Das heißt. Oh. Nu wau wir da. Einmal von Rehnfleisch. Und dann alle Wälder von Schubfleisch. Und dann grotten Wälder von Rehnfleisch. Und dann grotten Wälder von Rehnfleisch hier. Hier ist es ein bisschen nehm. Oh ja, nun wird es den größten Papershouten, das ist jetzt ein Weiß, ich kann das jetzt ein Weiß, weil es alles ein Papershouten ist, es ist einfach ein bisschen schmieden, und hier ist es dann, und das ist ein Kleinen Körn, das war dann Schubsfleisch, na, hier ist es im Moment ein, das ist ein Schubsfleisch, so, ja, fern weh, keckte man, oh ja, na ja, Schweinerim warten, dass man macht, wenn ich die Schweinerimärte da sitten human, na wir haben dich, teckte man, und da wähl wir, das mangosざhe hier mit etwa, ah, dass wussy die, dann dälk wirklich in der Toe, und da wähl wir Eosse Guna, oh, das ist mit zoe, sagt, bei der man家 war, wenn wir genau voll wurden, Okay, dann, ho 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 ho, danke für die Barbekoa, das ist nicht so gut, dass wir uns nicht so gut sind. So, wir sind immer dankbar, dass wir uns sehr gut sind, und wir sind froh, dass wir uns nicht immer, was wir wollen, was wir wollen, was wir uns fehlt, so immer haben wir immer dankbar. Und wenn wir denken, was wir krank sind und was wir nicht so gut haben, was wir für die Aufbäden. So, nun wollen wir dankbar, dass ich Barbekoa ein. Und hier haben wir das mit Schubsfleisch, das war in den ersten Proben, ein bisschen Träun neben. Oba, ich habe dort auch, da war noch ein bisschen Klingel Fieke mehr, ho ho ho. Du hast die Salsa und heute macht, ich habe die Schubel Fieke mehr, und dann haben wir das mit Schubel Fieke mehr. Oba, das ist das vier, was wir immer wieder so. Woho ho ho ho! No, 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 das vier ist bloß, das ist hier ein, das möchte ich mal machen. Und dann wird die Wasser aussteigen. oh 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 ja oh ja nu nu waren wir diesen Tag geproben das ist von Schubsfleisch wie gleich ein grünlicheser Schubsfleisch und bei eitje star schnappstohlbe das schmeckt schön das erste Mal habe ich das getan an den oben das habe ich mir gelegt oh und dann habe ich die Mango Salsa das ist die Zeit merkt das doch prüfen wir alles was anderes ganz anderes was die gemeinsam das würde ich nicht lieb werden hmm hmm das ist das noch für uns oh oh wow oh 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 oh